Musik Die PR-Klappe ist der wichtigste Preis für Bewegtbildproduktion in Zusammenhang mit Public Relations. Die PR-Klappe steht für gute Bilder, gute Inhalte und kombiniert mit Emotionen. Musik Es ist einfach eine wahnsinnige Bandbreite im PR-Film. Und für uns ist es jetzt die Aufgabe, hier Leitplanken einzusetzen, mal zu schauen, was wollen wir auszeichnen und dann auch die Qualität beurteilen. Ich finde, dass wir da sehr, sehr gute Einreichungen bekommen haben. Und ich denke, dass die Klappe, was das Thema PR-Film angeht, ihren Weg machen wird und hier auch Zeichen setzen wird. Musik Der Werbefilm ist hauptsächlich ein Direktschuss auf die Emotionen. Und die PR, die aber sehr viele Ähnlichkeiten hat, arbeitet mehr drumherum und vertieft und beleuchtet Aspekte. Ein Werbefilm verbreitet sich über bezahlte Mediaschaltung. Ein PR-Film muss sich alleine deswegen verbreiten, weil das Thema interessant ist, aktuell ist oder die Machart so gelungen ist, dass es wie von selbst geht. Für mich muss der PR-Film einen Inhalt erzielen. Die Idee ist für mich ganz, ganz wesentlich. Etwas Journalismus sollte sowohl in der guten Werbung wie in der guten PR-Arbeit vorhanden sein. Bei einer guten PR-Arbeit ist sie allerdings sicherlich zwingend. Bewegtbild wird immer wichtiger. Ich glaube, wir werden in Zukunft sagen, alles wird sich bewegen, weil Bewegtbild, anders als das gedruckte Wort, die Möglichkeit hat, Emotionen rüberzubringen und das wird immer wichtiger. Wir bewegen uns ganz stark von Schriftprodukt hin zu Bewegtbild, also ein großer Teil unseres Budgets geht in das Bewegtbild und ich glaube, in zwei, drei Jahren wird es ganz, ganz viel dort sein. Wenn man früher gesagt hat, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, kann man ja heute analogisieren, ein Film sagt mehr als zehntausend Worte. Der Trend geht sicherlich dazu, dass die Filme hochwertiger werden, dass vielleicht sich auch in der Filmästhetik PR und Werbung, PR und Marketing sich annähern.